In diesem Video dreht sich alles um die DHI-Methode. Was zeichnet diese Methode aus, wann kommt sie zum Einsatz und wie funktioniert sie genau? Legen wir direkt los. Die DHI-Methode ist von allen Methoden die modernste und zeichnet sich durch den innovativen Scheustift aus, der eine direkte Verpflanzung der Grafts ohne separate Kanalöffnung ermöglicht. Ein speziell geschulter Spezialist setzt dazu die entnommene Grafts einzeln in den Scheustift ein und verpflanzt sie dann in den Empfängerbereich. Das bedeutet, dass das Entnehmen und Einsetzen der Haarfolikel mit der DHI-Methode in nur einem einzigen Schritt erfolgen kann. Dies hat gleich mehrere Vorteile. Erstens, die Grafts bleiben vital, was eine höhere Anwuchsrate gewährleistet. Zweitens, die Platzierung der Haarfolikel erfolgt äußerst präzise, was eine besonders dichte Haarlinie ermöglicht. Drittens, die Wuchsrichtung und der Winkel der transplantierten Haare können genau bestimmt werden. Viertens, das Verfahren ist für die Kopfhaut besonders schonend, wodurch eine deutlich schnellere Heilungsprozess realisiert werden kann. Doch was genau unterscheidet die DHI-Methode von anderen Verfahren? In einem einzigen Wort Präzision. Während bei vielen anderen Techniken die Kanalöffnung und das Einsetzen der Grafts getrennt erfolgen, geschieht dies bei der DHI-Methode, wie eben beschrieben, in einem einzigen Schritt. Besonders zu empfehlen ist die DHI-Methode deshalb für Menschen, die besonderen Wert auf eine äußerst dichte Haarlinie legen. Gerne berät dich einer unserer Experten dazu, ob du für die DHI-Methode geeignet bist. Buche dir dazu einfach einen Termin für eine kostenlose Haaranalyse. Den Link dazu findest du wie immer in der Videobeschreibung.